Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Wir sind gerade bei Ryujin, unserem Boss. Und ja, jetzt sollen wir einen neuen Auftrag haben wir schon angenommen. Wir sollen heimlich Baupläne stehlen, aber eigentlich können wir natürlich auch wie immer über den Auftrag die Route planen. Oh, da waren wir noch nicht. Was wir... Hier ist mir klar, dass wir im Freestyle Collective auch... Was wir natürlich mal machen können, wir können mal uns hier ein bisschen umgucken. Und eventuell schnell die Planeten, die hier rumäumeln, abscannen. Und vielleicht auch auf die Planeten rauf hier. Und wenn da keine, sag schon, keine Fiescher sind, können wir da vielleicht auch kurz die Ressourcen... Also hier waren wir anscheinend schon. Das bedeutet, ich will nach da... Wo ist das Ding? Ja. Geht, glaube ich. Okay. Wenn wir die Monde noch nicht haben, machen wir schnell die Monde. Wow. Okay. Leute, ihr habt hier janschöne Probleme. Ah, da lebt was. Da lebt was drauf. So, dann den da. Ich will halt nur erstmal... Äh... Weiß ich so. Nur Planeten erstmal schnell erkunden, wo nur Ressourcen sind. Weil Ressourcen-Erkundung geht schnell. Und, äh... Sagen wir mal so, es geht relativ schnell. Guck mal, schon wieder 40 EP bekommen, nur weil wir hergereist sind. Hier gibt's keine Flora, keine Fauna. Äh, hier gibt's auch nichts zusätzlich. Das bedeutet, wir gehen hier einfach mal runter. Ähm, landen. Und holen uns ganz schnell die Ressourcen. Weil dafür kriegen wir wieder Analyse-Daten, glaube ich. Ich weiß, dass kriegen wir das für jedes... Oder nur System weiter analysieren. Das weiß ich nicht. So. Beryllium. Äh... Was ist los? Okay. Oh. Warte mal, wir haben gar keinen Anzug an, wa? Ich deb... Ich hab ja gar keinen Anzug an. Mann, bin ich ein Vollhonk. Und ich wundere mich die ganze Zeit. So, fertig. 50 XP. Sehr gut. Dann... Hatten... Gibt es dann noch einen... Planeten-In hier. Können wir da nicht... Kurz festlegen? Ich hatte ja nur einen Anzug an und noch keinen... Oh, Mann, ey. So, scannen. Flora Fauna 00 passt. Okay. Hier sind ein bisschen mehr. Mal gucken. Silber. Ja, komm, dann landen wir hier einfach. Also, AG ist Silber. Anscheinend. Beginne Landezyklus. Aussteigen. Und wieder 40 XP. Einfach nur... Weil wir hier gelandet sind. Eine Höhle. Höhle interessiert mich nicht. Uran. Nehmen wir mit. Blei. Haben wir auch. So, dann ist die Frage... Oh, gucken wir mal eine an. Aluminium. Hier haben wir schon. Da ist das nächste. Nickel. Sehr gut. Und jetzt fehlt uns noch... Was fehlt uns jetzt noch? Da. Das fehlt uns noch. Helium 3. Dann haben wir den Planeten auch schon fertig. Kriegen wir dafür auch wieder 50 XP. Also, man muss es einfach mal so sagen. Darüber kann man sehr schnell... Ähm... Ja, XP fahren, würde ich jetzt mal sagen. Das ist dein Ende. Ähm... Oh. Oh. Wohin? Wohin? Danke. Oh, die Freester haben mit ihnen gefightet. Ähm... Ist das da Mineralvorkommen? Nee, das interessiert mich nicht. Ja, das interessiert mich. Ich weiß nicht, wer das mit dem Mineralvorkommen auf sich hat hier. Kann man da einfach ranfliegen? Oder wie funktioniert das da? Uh. Hm. Freester, Mustang, unverständliches Gerede. Ah, nee. Das ist auch ein Drop. Okay. Hm, mhm, 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 Eisen. So. Alles hier okay? Hm. Keine Ahnung. So. Skinnen. Keine Flora, keine Fauna. Ablanden. Ich glaube, das war das Chlor-Selen, was hier ist in Massen. Helossen. Ah. Äh. Äh, hier sind keine Rohstoffe? Okay. Warum sind hier keine Rohstoffe? Okay. Warum sind hier keine Rohstoffe? Ich hätte erwartet, dass hier Rohstoffe sind. Da ist Nickel zumindest. Kobold war das. Okay. Da ist noch was. Wasser, sehr schön. Und dann fehlt uns noch Kobold. Okay. 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 Aber Kobold gab es hier auch riesige Felder. Sonst müssen wir auf dem Kobold-Feld landen. Ich gucke einfach mal, was da los ist. Da ist Kobold. Das scheint auch einfach nur ein Frachter wieder zu sein, der in irgendeiner Form. UC ist da. Okay. Das ist ein UC-Schiff. Jetzt haben wir einen Landepunkt entdeckt, der mich null interessiert. Aber 20 XP gab. So, fertig. 50 Punkte. So, und dafür. Einfach hier für Planeten, die... Ja. Also, das Problem bei Flora und Fauna ist, dass es sehr viel ist. Das muss man jetzt einfach so sagen. Uh, was ist denn da? Gold. Okay, gut. Aber ich glaube, Gold ist hier gar nicht so viel wert. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Dass Gold gar nicht so viel wert ist. Und es gibt hier zwei... Zwei Merkmale. Die dauern wieder länger. Ein Merkmal dauert wieder länger. So, Kupfer und Alu. Oh, und das wäre... Beides könnten wir mit einmal abbauen. So, Merkmal. Wir brauchen ein Merkmal. Du bist unbekannt. Unbekannt ist schon mal gut. Unbekannt, da müssen wir hin. Haben wir Gold. Also hier könnte man Gold und Kupfer gemeinsam abbauen. Das ist doch schon mal... Wenn wir Gold wirklich brauchen. Was ich mal nicht so ganz glaube. Aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall scheint es hier kalt zu sein. H2O und Kobold. Da haben wir schon mal das nächste vorkommen. Dachte, ich habe 50 Meter eigentlich. Wasser und jetzt nur noch Kobold. Da. So, dann haben wir zumindest alle Ressourcen schon mal und brauchen jetzt nur noch die Merkmale. Wobei ich hier nur einen unbekannten Ort gerade sehe. Das bedeutet, wir müssten mit unserem Schiff dann nochmal lospleien. Obwohl, das ist der nächste Unbekannte. Das könnte passen. Das ist felsiger Meteor. Okay. Gold und Kupfer nehmen wir doch mit. So, das hatten wir schon. So, das Feld hatten wir. Das tötete sich gerade so an, als wenn hier irgendwas wäre. So, weiter geht's. In... Das Richtung. Da wäre noch eine Anlage, aber die interessiert uns nicht. Da, in diese Richtung müssen wir. Das sieht... Das sieht schon schön aus, oder? Finde ich klasse gemacht, dass sie das auch so mit dem Planeten abgebildet haben. Achso, das ist eine Höhle. Ne, eine Höhle interessiert mich nicht. Ähm... Dann... Landen wir... Auf der Sonnenseite. Mal schauen. Wir bräuchten halt noch das andere Wart, das andere Zeichen. Gucken wir mal. Das war's. Da ist ein unbekannter Ort, nicht mal weit weg. Keine Ahnung. Koboldfeld. Gold. Ne, Nickel. Also hier könnte man auf jeden Fall Nickel und Kobold wieder gemeinsam abbauen. So viel steht außer Frage. Wahrscheinlich sogar noch Wasser. Naja, Gold ist nur so dabei. Keine Ahnung. Der Landeplatz ist da. Okay. Aber der interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Sind wir jetzt radioaktiv verstrahlt? Oder... Ich kann diese Zeichen da einfach nicht... Uh. Er ist doch aber wieder das gleiche, oder? Ne, ist was anderes. Ah, Perfekt. So. Ich weiß jetzt nicht... Eigentlich müsste das 200 XP gegeben haben. Weil... Der war ja auch... Warum eigentlich? Wegen den Merkmalen. Da, 200 XP. Einfach mal 200 XP. So. Und wir können bei der Siedlung landen. Ist doch perfekt. Dann können wir gucken, ob es da noch Titan und so gibt. Landeanflug. Alles im grünen Bereich. Und Polymer. Und... Ach, was? Weiß... Was weiß ich noch alles? Wir gehen mal raus. Gucken mal. Was hat denn... Fünf Ressourcen. Nickel. Haben wir schon mal. Da ist noch eine Ressource. Die holen wir uns erst mal. Also Kobold. Haben wir damit auch. Da ist noch was. Wasser. Okay. Wo war die Siedlung? Da oben. Ah, okay. Platin. Wasser. Und jetzt brauchen wir noch Palladium, oder? Oh. Kobold. Platin. Platin und Kobold könnten hier gemeinsam abgebaut werden, vermutlich. Hm. Mir fehlt halt nur noch Palladium. Glaube ich zumindest, dass es Palladium war. Ja. Das ist eine etwas seltenere Komponente. Weiß auch nicht, ob das vom Platin ab... Also, ob das so eine Art Platin-Abgänger ist. Naja. Wir gehen trotzdem zur Siedlung. Dann sollten wir bald den Auftrag... Also... Ja, wir werden jetzt nicht dieses ganze System hier... Aha. Hier gibt's also doch Viecher. Gott, hier gibt's keine Viecher. Uhu. Ich bin's. Der über den Berg kommt. Oh, ihr habt eine Schutzwaut. Das sieht aus wie ein militärischer Posten. Hätte nicht erwartet, hier jemanden zu sehen. Schön, dass du da bist. Aha. Wir machen uns Sorgen wegen möglicher giftiger Dämpfe aus den Gasschloten. Bei diesen Schloten müssen einige Datenerfassungssensoren aufgestellt werden. Könntest du uns dabei helfen? Ah, komm, mach mal schnell. Hab gehofft, dass du das sagst. Danke vielmals. Wehe, die sind weit weg. Okay, in die Richtung, in die Richtung. Welche Meter? Das sehen wir gerade nicht. Ihr macht euch Sorgen. Okay, na, das geht aber. Hier unten ist eins. Dann haben wir da eins, zwei. Komm, wir waren nur die drei. Hui. So. Wie funktioniert das jetzt? Also, ich soll mich vergiften und ihr... Mhm. Interessant. Ja, ja, ja. Hey, vielleicht irgendwo Palladium? Bei einer Höhle würde ich jetzt nicht suchen, weil... Ah, da ist es, glaube ich. Guck mal, dann haben wir eine Quest erfüllt. Dann haben wir Palladium. Sehr schön. Wie. Bitte seien zu vorsichtig. Der Boden hier darf keinesfalls aufgewühlt werden. Aha. Warum nicht? Warum darf der Boden nicht aufgewühlt werden? Ich habe Credits. Was hast du an Ressourcen? Du hast ja gar nichts. Ich kann dir aber was verkaufen. Ich habe nämlich hier... Oh, warte. Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, wir haben Eisen noch dabei. Hm. Ja, gut. Dann nicht. Muss los. Mach's gut. So, erledigt. Oh, du hast ja diesmal... Hä? Danke für alles. Komm gerne mal wieder vorbei. Hier, für deine Mühe. 150? Ja, komm, pass schon. War doch... War doch ein schneller, einfacher Job. Oder Data... Dampfer... Können wir hier Analyse-Daten verkaufen? Sag Bescheid, wenn... Können wir hier Analyse-Daten verkaufen? Hier, natürlich. Nicht so, das war ein schnell verdientes Yelti-Wesen. Einfach ein bisschen Analyse-Daten. Leider haben die hier nicht wirklich... So, hier ist noch ein Planet. Also, einmal ist der hier übrig, natürlich. Der Gas-Riese. Da wird aber nichts zu scannen sein. Ich... Ich bin einfach mal so... Und... Guck mal. Ne, hier ist Scannen. Ja, das ist ein Gas-Riese. Ist klar. Und dann machen wir ihn noch hier. Und dann gehen wir weiter zur Quest. Also, jetzt nimmt schon Zeit in Anspruch. Kann man... L-l-l-l-l-l-sagen, was man will. Ähm... Was wir wollen. Sonst busten wir dich ins Vakuum. Dein Urlaub wäre schön. Falls du großherzig bist, könntest du uns helfen. Oder wir können dein Schiff zerstören. Ich würde nicht gegen euch känzen. Das ist ja Spacer. Ich würde sagen, das war dich mit dem Falschen anlegen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was habt ihr dabei? So. Scannen wir den Planeten. Okay. Wasser und Chlor. Mehr gibt es hier nicht. Schnelle 50 xp sollten das sein. Landestelle fiktiert. Runter mit uns. Klup. Kurz verlassen. So. Haben wir hier noch Wasser irgendwo in der Nähe? Ich denke, das ist hauptsächlich eigentlich das Wasser. Ach da. Haben wir auch. Damit ist der Planet auch fertig analysiert. So. Und dann gehen wir jetzt auf Mission wieder. Dazu müssen wir erst mal die Mission wieder auswählen. Natürlich. Groß festlegen. Hä? Aber wir sind doch da. Oder bin ich jetzt doof? Oder waren wir da noch nicht? Ich bin jetzt irgendwie verwirrt. War noch da schon? Müssen wir doch einfach nur zu dem Planeten fliegen, oder nicht? Dann müsste es doch da eine Station geben. Eine Raumstation. Du befindest dich im Freestyle-Kollektiv-Raum. Bitte Scan abwarten. Scan abwarten. So. Wo ist jetzt? Da müssen wir uns auf Sternwerft. So. Da sind wir doch richtig. Wie weit muss man ran, um anzudoggen? Ich bin schon bewusst. Ich wollte meine Waffensysteme nicht schwächen. Man hat es ja gerade gesehen. Da kommt einfach mal irgendjemand von irgendwo angesprungen. Müssen wir so nah ran? Die steht jetzt nicht... Ja gut, fürs Andock-Manöver schon, ne? Wir müssen ja erstmal eine Reichweite kommen. Die Frage ist, wie weit? 500 Meter müssen wir ran. Okay. Das ist eine Schiffswerft. Wir müssen doch irgendwann mal unser Schiff ausbauen, fällt mir gerade so ein. Oder umbauen, besser gesagt. Das sieht aus so ähnlich wie... Willkommen bei Trident Luxury Lines. Trident. Trident. Mission Board. Kopfgeld Begleit. Okay. Benimm dich gut. Bennehm ich immer gut. Guten Tag. Guten Tag. Ich sorge hier nur für die Sicherung. Ich benutze mal kurz eure Forschungsstation. Ne, nicht Anzüge. Hier. Extraktor. Ah. Ja, haben wir zumindest sieben schon mal. Fehlt uns halt jetzt noch ein bisschen was. Energieerzeugung. Oh. Wir haben was bekommen. Sehr gut. Aber mehr haben wir nicht. Also das geht ja nicht, weil da brauchen wir ja erstmal was dazu. Ähm. Okay. Haben wir alles. Ja. Alles blockiert. Wir haben alles davon. Wir haben alles hiervon. Da müssen wir halt jetzt freischalten. mein Problem ist, dass sie da hockt. Dich. Warte mal. Ich hab gesagt, dich, ne? Dann bräuchte ich mal wieder einen Dreier. Also der passt da rein. Sei dich dumm. Halt! Sofort! Halt! Im Namen des Freestyle Collective ergibt dich. Darin geschuldene Waren konziziert. Ich zahle die Strafe. Du kommst mit. Wir beschlagnahmen alle Schmuggelware und alles Diebesgut in deinem Besitz. Aha. Weil ich so viel habe. Amira Wolf im Unterhaus könnte jemanden wie dich bestimmt brauchen. So wie du in der Bank geglänzt hast, wird das leicht. Hm. Haben wir jetzt irgendwie Ärger? Also, wir haben's... Das ist das, was ich meine. Da sind... Ich hätte natürlich einen auf Fire Department machen können. Warum bin ich immer noch hier? Da will ich hin. Aber was bringt es mir, dort alle abzuschießen? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich mich hingehockt hätte. Ähm. ob das was gebracht hätte. Okay. Oder ob es was bringen würde, so eine Station einfach anzugreifen. Wie angegossen. So. Also, wie soll ich diesen Auftrag durchziehen? Ohne entdeckt zu werden. Weil die Tür wird ja jetzt wieder verschlossen sein. Davon gehe ich zumindest ganz fest aus. Schön ruhig. Hier geschieht die Magie. Mhm. Oh, hätten wir auch noch eine Variante gewesen. Ja. Ja. Das wäre von woanders. Daran hatte ich nicht gedacht. Okay, du schon mal nicht. Okay, du sollst hier also reinpassen. Dann passt du da rein. Dann hätten wir dich. Oh, da hatte ich schon gesagt, aber das passt. Nein, doch. Okay. Dann hätten wir also auch von da. Da müssen wir mal gucken, wie wäre denn das gewesen. Ja, aber von hier komme ich doch nicht weiter. Hm. Jetzt hätte mich schon mal nichts gebraucht. Ich hatte gedacht, dass man hier, dass das hier hinter einem Wartungsschacht ist. Und darüber irgendwie gibt es jemanden, der Ressourcen hat für mich. Eventuell. So ein paar. Brauche ja nicht viel. Ah. Okay. Dann wer bist du? Willkommen bei Trident Luxury Lines, den Erbauern der besten und luxuriösesten Schiffe in der Galaxie. Falls du Fragen zu unserer Produktpalette hast oder eine Kreuzfahrt buchen möchtest, werde ich dir nach Kräften helfen. Okay. Also, was kann ich für dich tun? Hm. Nicht. Nicht kannst du gerade für mich tun. Wir hätten natürlich auch ins Cockpit gekonnt. Ähm, wir können jetzt, glaube ich, warte mal, nee, 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 falsch, war das? Äh, so. Was ist das denn? Ah, okay, das ist schon wieder so ein, ne, ja, so eine Sidequest, die wir bekommen haben. Also, das ist ja auch nicht die Hauptstory, die wir jetzt hier gerade verfolgen, sondern das ist, glaube ich, eine der größeren Nebenha- äh, Nebenquests, Storys. Kunjak, 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 ich bin ein Hoppelhase. Ein Hop- Hop- Hoppelhase. So. Schauen wir mal. Auftrag erfüllt, dann können wir ja den nächsten entgegennehmen. An sich sind das leichte Aufträge. Ich dachte, die Tür wäre wieder verschlossen. Dann hätte ich, äh, ja, hätte ich dann was anderes gesucht. Mal gucken, ob es jetzt Ärger gab oder gibt, weil wir ja verhaftet wurden. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Äh, ja, und, äh, Trinity aren't nichts. Äh, diese Frage grenzt an eine Beleidigung. Bitte, du musst wirklich nicht beaufsichtigt werden. Sieh die Frage einfach als reine Formalität an. Verstanden, verstanden. Bring das bitte zu Wiener, damit sie die Rückentwicklung einleiten kann. Aber erst will Ularu mit dir sprechen. Wer ist das? Ihr Büro ist in der Chefetage. Ich habe deine Sicherheitsfreigabe erhöht, damit du da reinkommst. Uh. Sag ihrer Assistentin Maeve, dass du einen Termin hast. Ich komme bald nach, der Auftrag gab gerade mal 100 XP. Also das finde ich ein bisschen wenig. So, wo müssen wir hin? Noch weiter hoch. Wir steigen auf, Leute. Ab ins Management. Auch wenn wir wahrscheinlich hier nicht im Management irgendwas machen. Du musst wohl einflussreiche Freunde haben, wenn wir die Chefetage einladen. Ich glaube, sowas Stressiges haben wir noch. Von dem Team könnte die so kommen. Ja, ich habe nicht nur einflussreiche Leute, ich bin einflussreich. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, natürlich kannst du helfen. Name und Termin. Äh. Ich werde einen Termin mit Bestätigt. Ularo ist noch kurz in einem Meeting mit Genevieve. Ihr könnt hier oder in der Lobby warten. Ich rufe euch, wenn sie euch empfangen kann. Hier steht, dass Imogen Sars soweit ihr sein soll. Ich bin hier, Maeve. Gut, es sollte nicht lange dauern. Schneller als gedacht. Ularo ist jetzt schon bereit. Du weißt, wenn sie nicht mitspielen, bleibt uns nur noch eine Option. Gott, Olaro, ist das deine Universalantwort? Ich höre eine weitere PR-Katastrophe. Ja, Viv, weil du zu gut in deinem Job bist. Wir besprechen die Details später. Mein nächster Termin ist da. Schön, aber du darfst das bei unserem nächsten Meeting Alexis sagen. Hm, okay. Unsere PR-Managerin hat irgendwelche Probleme. Da bist du ja endlich. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Danke, danke. Oh, die sind Waffen. Ularo Chen, Head of Operations hier bei Ryujin. Also, wie gefällt dir dein neuer Job bisher denn so? Hm, der Job ist ausgemacht, meine Kragenweite. In dem Fall erweist sich unser erster Eindruck von dir als erstaunlich zutreffend. Okay. Also, mein erster Eindruck. Juni sagt, du hast die Grundlagen unserer Arbeit schon durchlaufen und hattest jedes Mal Erfolg. Jupp. Fünf erfolgreiche Standardaufträge und einen speziellen. Ein paar Zwischenfälle hier und da, aber alles kein Problem, oder? Ich habe zufällig einen persönlichen Auftrag für dich. Einen, bei dem du dich mit einem externen Kontakt treffen musst. Juni scheint zu glauben, dass du das mühelos hinbekommst. Er ist der beste Agent, den ich je angeheuert habe. Und auch der einzige Agent, den du je angeheuert hast. Okay. Die Treffen mit externen Kontakten sind nicht immer so simpel wie deine bisherigen Missionen. Manche sind wankelmütig oder fordernd. Du musst also wissen, wie du mit ihnen umgehst und spontan Entscheidungen treffen. Ich hatte schon mit allen möglichen Leuten zu tun. Ich weiß, wie ich meinen Willen bekomme. Solche Agents mag ich am liebsten. Jemanden, der kein Nein als Antwort akzeptiert. Dein Kontakt ist Simon Ritschek. Er hat angeblich Informationen zu einem neuen Projekt, an dem Infinity LTD arbeitet. Er nennt das Projekt einen Game Changer, an dem Ryujin sich ja besonders interessiert wäre. Er verlangt also bestimmt nicht wenig. Wir haben ein Budget von bis zu 1000 Credits dafür. Handle ihn möglichst weit runter. Wie läuft das mit der Vergütung? Du wirst nach Abschluss des Auftrags vergütet. Die Kosten vor Ort trägst jedoch du. Wenn du das Geld aufgrund mangelnder finanzieller Fähigkeiten nicht hast, hoffe ich nur, dass dein Verhandlungsgeschick ausreicht. Ja, hab gerade so das Geld. Besuchungssatz. Die Details bekommst du von Genie. Das ganze Konzept ist unter meiner Würde. Simon ist ganz sportverrückt und redet bei jeder Gelegenheit darüber. Irgendwann sagt er beiläufig, sieht aus als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Okay. Du antwortest darauf, Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Klar? Razor Derby ist der einzig dumm, aber von mir aus ganz genau. Beschaff uns einfach die Infos. Du findest ihn über den Lükskondos auf der Plaza in Cydonia. Du hast den Burschen sehr gelobt, Genie. Hoffentlich lässt er dich nicht schlecht aussehen. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss noch einiges erledigen. Vielen Dank für das Vertrauen. Okay. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Okay. Ja, wir können glaube ich von hier aus auch los zwischen. So, Horizon, Coos verschlägen. Hallo? Waren wir da schon mal? Das sah so aus, ne? Ach, wir sind auf Mars. Oh. Wow. Wir sind jetzt auf Marsa. Da können wir auch noch mal nach Ressourcen um zu gucken. Aber wir machen an der Stelle für heute hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Zusehen